Ja Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen, leider nicht ganz erfreulichen Info-Flog, ja denn ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich mir für, ja wann kommt denn überhaupt dieses Video, ja machen, nennen wir es nicht Info-Flog, sondern nennen wir es nur eine kleine Info für euch, wie es ursprünglich geplant war, damit ihr da mal ein bisschen dahinter kommt und zwar, ähm, jetzt ist, mittlerweile Dienstag oder so und das Spezial kam bereits am Donnerstag, also ist schon ein bisschen her, aber ich möchte euch trotzdem nochmal zeigen, äh, was ursprünglich geplant war und zwar, ihr werdet eine, wahrscheinlich, werdet ihr das schon hoffentlich bekommen haben und zwar eine Zusammenfassung von allen Let's Shows im Speedmodus von 1000%, zuerst habe ich, also beziehungsweise zuerst habe ich alle einzelnen Let's Shows im Prozent von 500 gerendert, weil ich kann keine tausendprozentigen Dinge erinnern, am maximal 99 und dann später habe ich nochmal alle zusammengefügt und dann auch nochmal den 500% gerendert oder ich habe es so gelassen, das weiß ich jetzt nämlich noch nicht, bin nämlich gerade dabei, alles zu rendern. Ursprünglich war aber geplant, wie wir hier sehen können, ein Let's Show Minecraft 1 bis 10 in der Originallänge, 7 Stunden, 48 Minuten und 3 Sekunden hätte es gedauert. Das Problem liegt jetzt darin, ich habe es jetzt nämlich hochgeladen, weil ich habe es mir nämlich ein bisschen so quasi, wo es fertig war, ein bisschen so durchgezappt und das Problem war, es gab übelst viele Fehler, er kam nicht mit dem Laden hinterher und jetzt habe ich einfach mal geschaut, ich habe es hochgeladen und ich dachte, wow, 7,48, wunderbar, passt. Und das Problem ist, klicke ich drauf, also ich habe es natürlich jetzt im Moment für nicht auf Licht gelistet gestellt, nur das Problem ist, wenn ich draufklicke, hat das Video nur noch eine Stunde 24. Und das Problem ist auch, es fängt zwar ganz mal an, aber es hört einfach dann da auf, wo das zweite oder dritte Let's Show erst aufhört. Und dann heißt es, da verabschiede ich mich jetzt, bla 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 und dann ist es vorbei. Eigentlich geht, das ist gerade das zweite Let's Show oder so, und eigentlich geht das dann noch 7 Stunden weiter oder so, oder beziehungsweise 6. Und ja, da habe ich mir gedacht, Scheibenkleister. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ja, irgendwas wollte ich machen, denn genau am 12. eben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier habe ich, ja, da war jetzt gerade ein kleiner, wie soll ich sagen, ein USK 18-Schild, weil bestimmte Desktop-Hintergründe darf nicht jeder sehen, gell, weil hier hat sich zum Beispiel eben, ich habe einen extra vom 12.12., weil da kam nicht mein erstes Let's Show raus, beziehungsweise am 12.01.2011 halt, aber genau ein Jahr danach wollte ich halt alle Let's Shows zusammennehmen und deswegen 8 Stunden Video, aber das kann ich halt jetzt streichen. Und deswegen kommt da quasi das Speed, der Speed-Modus und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem, es gefällt euch trotzdem, ich weiß noch nicht, wie es, wie es fertig ist, also ich habe bis jetzt nur die einzelnen Parts, wir können mal kurz nachschauen, Computer, Commentary, Minor Comments, Minecraft, Let's Shows. Und dann haben wir hier im Moment, hier habe ich die ganzen Projekte, LS10 Speed und ja, ihr seht, Let's Show Minecraft, Teil 11 und Teil 11, 2, also, aber soweit ich weiß, ist das auch schon wieder heraußen. Also, wisst ihr eh schon, was da drin vorkommt, aber ich wollte eben nur die 10 vornehmen, die quasi bis dahin kommen. Und deswegen habe ich halt hier, jetzt im Moment bin ich beim 4er, das 4er ist schon fertig, und ihr seht, das dauert nur noch 5 Minuten und es ist halt alles im Speed-Modus, lalalalalalalalalalalala und alles sind 500% jetzt und später wird es halt dann nochmal doppelt so schnell. Und wenn man überlegt, das hat jetzt nur 4 Minuten, ursprünglich waren es 27 Minuten, also das ist dann schon eine Verbesserung. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber, nun ja, was soll man machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Infovideo, damit ihr wenigstens, also, naja, gefallen, also, ich weiß, ich hätte eh keine Angst, diese 8 Stunden, aber ich hätte es halt lustig gefunden, wenn es geklappt hat. Nun gut, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Aufschluss gegeben und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, hoffe ich mal, denn jetzt kommen dann wieder die ganzen Let's Plays, also jetzt müsste es eigentlich wieder regulär weitergehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Hodenkrebscreme, mit dem epischsten Dev aller Zeiten. Ja, verabschiede ich mich jetzt von euch, habe Densen. Also, ich danke. Vielen Dank.